Liebe Freundinnen und Freunde des Klavierhauses Helbig, gerne hätte ich Sie hier bei uns persönlich begrüßt, aber die Zeiten sind nicht so. Es gibt keine Konzerte mehr, die Flügel müssen hier stehen, kommen nicht auf Konzertbühnen, die Klavierlehrer müssen es per Skype unterrichten. Es ist nicht einfach, aber wir wollen den Kopf nicht in den Sand stecken. Schon immer haben wir hier im Hause gerne Konzerte veranstaltet. In letzter Zeit war das zwar sehr eingeschränkt, da wir keinen Platz mehr haben, aber vielleicht ist es jetzt ja genau die Möglichkeit, etwas Neues zu bieten, nämlich virtuelle Konzerte. Im letzten Herbst haben wir diesen schönen Bösendorfer 280 VC, also ein richtig großer Konzertflügel, für unser Verleihgeschäft angeschafft. Nun steht er hier und wird nicht genutzt. Das wird sich ändern. Wir sind sehr erfreut darüber, dass das Fernener Pianistenpaar Alla und Viktor Heilert sich bereit erklärt haben, hier ein virtuelles Konzert zu geben, was wir für Sie aufgenommen haben. Das können Sie dann ganz bequem bei sich im Wohnzimmer oder wo auch immer genießen. Wir freuen uns sehr, dass Sie daran teilhaben können. Bleiben Sie gesund! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020